Der achte Weg Stephen R. Covey Mit Effektivität zu wahrer Größe Mehr Sinnhaftigkeit und Leidenschaft im Beruf Der achte Weg von Stephen R. Covey Der Ursprung, ein Meilenstein der Persönlichkeitsentwicklung 1989 veröffentlichte der US-amerikanische Dozent und Unternehmensberater Stephen R. Covey sein bahnbrechendes Werk Die sieben Wege zur Effektivität. Dieses Buch, das in über 40 Sprachen übersetzt wurde, zählt bis heute zu den einflussreichsten Büchern im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Wirtschaft. Warum? Covey stellte Werte wie Integrität, Respekt, Verständnis, Kooperation, Eigenverantwortung und lebenslanges Lernen in den Fokus, Prinzipien, die dem damaligen Zeitgeist weit voraus waren. Im Jahr 2004 fühlte Covey jedoch, dass seine ursprüngliche Vision noch erweitert werden musste. Der Arbeitsalltag hatte sich verändert, und die Menschen suchten zunehmend nach etwas, das über Effektivität hinausgeht, nach Sinnhaftigkeit und Leidenschaft im Berufsleben. So entstand der achte Weg, eine Anleitung, wie man seine innere Stimme findet und im Beruf zum Ausdruck bringt. Die Herausforderungen im Zeitalter der Wissensarbeit Wir befinden uns im Zeitalter der Wissensarbeit. Doch obwohl viele Menschen mehr Kreativität, Intelligenz und Fähigkeiten mitbringen, als ihre Position erfordert, bleiben diese Talente oft ungenutzt. Covey stellte seinen Zuhörern oft die Frage, wie viele von ihnen glauben, dass die meisten Menschen in ihrem Unternehmen über mehr Potenzial verfügen, als ihr Job verlangt? Die Antwort war weltweit nahezu identisch, fast alle hoben die Hand. Dieses unausgeschöpfte Potenzial führt zu Frustration. Immer mehr Menschen fühlen sich bei der Arbeit ausgebrannt oder empfinden sie als sinnlos. Gleichzeitig nehmen Krankheitsstage, Burnouts und Depressionen zu, eine direkte Folge der veralteten Unternehmenskulturen. Der Konflikt zwischen Industrie und Wissenszeitalter Viele Unternehmen hängen noch an Werten des Industriezeitalters, Quantität, strenge Hierarchien und Kontrolle dominieren. Doch die Anforderungen der Wissensarbeit sind gegensätzlich. Qualität, Innovation, flache Strukturen und Vertrauen stehen im Vordergrund. Erst in einer solchen Umgebung können Menschen ihr volles Potenzial entfalten. Ein Beispiel hierfür liefert die IT-Branche. Ein außergewöhnlicher Programmierer kann die Produktivität eines durchschnittlichen Entwicklers um das Tausendfache übertreffen. Im Industriezeitalter hätte man solche Unterschiede ignoriert, heute sind sie entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. Der achte Weg, die innere Stimme finden Damit Unternehmen im Wandel der Zeit bestehen können, müssen sie eine Kultur schaffen, die ihren Mitarbeitenden Raum gibt, sich einzubringen. Dazu gehören flache Hierarchien und Vertrauen statt Kontrolle. Doch das allein reicht nicht. Menschen möchten ihre innere Stimme finden und ausdrücken. Sie wollen sich wertgeschätzt fühlen, kreativ arbeiten und ihre Arbeit als sinnvoll empfinden. Der achte Weg zeigt, wie Führungskräfte und Angestellte gemeinsam eine solche Kultur aufbauen können. Es geht darum, Bedingungen zu schaffen, unter denen Individuen ihr volles Potenzial entfalten und gleichzeitig Sinn und Leidenschaft in ihrer Arbeit finden. Kavis Erkenntnisse sind aktueller denn je und bieten Orientierung für alle, die nach mehr Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung im Berufsleben suchen. Der Weg zur inneren Stimme Unsere angeborenen Geschenke entdecken und nutzen Der Weg zur inneren Stimme beginnt mit den Geschenken, die uns bereits in die Wiege gelegt wurden. Stephen K.W. nennt sie unsere Geburtsgeschenke, Freiheit und Intelligenz. Diese beiden essentiellen Privilegien sind der Schlüssel, um die eigene innere Stimme zu finden und ihr Ausdruck zu verleihen. Freiheit, die Macht der Entscheidung Das erste Geschenk ist die Freiheit zu wählen. Wir können nicht kontrollieren, welche Herausforderungen uns das Leben stellt, aber wir haben stets die Freiheit, zu entscheiden, wie wir darauf reagieren. Mit einer reifen Haltung und der Bereitschaft zu lernen, können wir selbst aus schwierigen Situationen wachsen. Diese Freiheit beeinflusst alle Lebensbereiche, auch die Arbeit. Fühlst du dich beispielsweise von deiner Chefin respektlos behandelt? Dann liegt es an dir, aktiv zu werden. Höre auf deine innere Stimme, die dir sagt, dass du Respekt verdient hast. Wage es, die Situation anzusprechen und klare Grenzen zu setzen. Freiheit bedeutet nicht nur, Entscheidungen zu treffen, sondern auch Verantwortung für deren Konsequenzen zu übernehmen. Intelligenz Die vier Formen des Denkens und Fühlens Das zweite Geschenk, die Intelligenz, zeigt sich in vier unterschiedlichen Formen, physisch, mental, emotional und spirituell. Jede von ihnen trägt dazu bei, deine innere Stimme zu entdecken und zu stärken. Physische Intelligenz Dein Körper besitzt eine natürliche Weisheit, die dich ohne bewusstes Zutun am Leben erhält. Herzschlag, Atmung, all das geschieht automatisch. Doch du kannst diese Intelligenz fördern, indem du auf die Signale deines Körpers hörst, seine Grenzen respektierst und aktiv für dein Wohlbefinden sorgst. Mentale Intelligenz Deine Fähigkeit, abstrakt zu denken, Probleme zu analysieren und kreative Lösungen zu finden, ist ein wertvolles Werkzeug, um komplexe Herausforderungen zu meistern. Emotionale Intelligenz Diese Form der Intelligenz ist die Basis für Empathie und soziale Kompetenz. Sie ermöglicht dir, dich in andere hineinzuversetzen und konstruktiv zu kommunizieren. Spirituelle Intelligenz Oft unterschätzt, ist sie die Grundlage für alle anderen Formen von Intelligenz. Sie gibt deinem Handeln eine moralische Richtung und inspiriert dich bei der Suche nach Sinn und Erfüllung. Indem du diese vier Intelligenzen pflegst und stärkst, kannst du deine innere Stimme klarer wahrnehmen und gezielt einsetzen. Kavi beschreibt diesen Prozess im ersten Teil seines Buches ausführlich. Im zweiten Teil beleuchtet er, wie du andere inspirieren kannst, ihre eigene Stimme zu finden. Führen heißt, andere zu ihrer inneren Stimme zu begleiten. Gute Führung bedeutet, Menschen dabei zu helfen, ihre innere Stimme zu entdecken und ihr volles Potenzial zu entfalten. Stephen Kavi unterscheidet zwischen schlechter und guter Führung anhand eines entscheidenden Kriteriums. Gute Führungskräfte sind keine Kontrolleure, sondern inspirierende Vorbilder. Die vier Eigenschaften guter Führung Eine erfolgreiche Führungskraft zeichnet sich durch vier zentrale Kompetenzen aus. Einfluss Sie entwickelt eine klare Vision und Strategie, die den Mitarbeitenden Orientierung und Sinn gibt. Vertrauenswürdigkeit Mit Integrität und Kompetenz geht sie als Vorbild voran und schafft eine Atmosphäre des Vertrauens. Disziplin Sie setzt klare, messbare Ziele und richtet Prozesse darauf aus, diese zu erreichen. Befähigung Sie schafft eine Unternehmenskultur, in der Mitarbeitende ihre Talente entfalten können, und agiert als Coach, der Motivation und Leidenschaft freisetzt. Diese vier Eigenschaften basieren ebenfalls auf den vier Formen der Intelligenz. Physische Intelligenz verleiht der Führungskraft Authentizität, mentale Intelligenz unterstützt sie bei der strategischen Planung, emotionale Intelligenz stärkt Beziehungen, und spirituelle Intelligenz gibt ihren Handlungen eine ethische Grundlage. Wenn eines dieser Elemente fehlt, gerät die gesamte Struktur der Führung ins Wanken. Nur durch eine ausgewogene Entwicklung dieser Kompetenzen können Organisationen erfolgreich sein und gleichzeitig ihren Mitarbeitenden Raum geben, ihre innere Stimme zu entfalten. In den nächsten Abschnitten des Buches zeigt Kavi, wie du diese Prinzipien in deinem Arbeitsalltag umsetzen und sowohl deine eigene als auch die innere Stimme anderer stärken kannst. Selbstvertrauen näher als offener Zuspruch Chat-GPT, Chat-GPT Wenn du Veränderung willst, dann handele. Wenn du willst, dass sich etwas in deinem Leben ändert, dann musst du aktiv werden. Stell dir vor, du bist in einem Job, der dich jeden Abend mit einem flauen Gefühl ins Bett gehen lässt, weil du weißt, was dich am nächsten Tag erwartet. Dein Chef ist ein Kontrollfreak, der jede deiner Ideen im Keim erstickt, und du fühlst dich eingeengt und frustriert. Doch anstatt zu handeln, sagst du dir immer wieder, dass es schon irgendwie besser wird. Schließlich brauchst du den Job, um deine Miete zu bezahlen, und du hoffst, dass die Situation sich von selbst löst. Aber Hand aufs Herz, wie oft hat das schon funktioniert? Hier kommt das Geschenk der Freiheit ins Spiel. Du bist kein hilfloses Opfer deiner Umstände. Auch wenn es manchmal schwerfällt, hast du fast immer die Möglichkeit, etwas zu verändern, sei es, die Situation aktiv zu verbessern, oder zumindest deine Einstellung dazu. Statt zu denken, ich halte das aus, ändere deine Perspektive auf, ich tue etwas, um die Situation zu verbessern. Vielleicht kannst du deinen Chef freundlich, aber bestimmt darauf hinweisen, dass du mehr Eigenverantwortung übernehmen möchtest. Oder du arbeitest an einem neuen Vorschlag, der ihm die Vorteile deiner Ideen aufzeigt. Selbst wenn es äußere Umstände gibt, die du nicht ändern kannst, liegt es an dir, wie du innerlich darauf reagierst. Zum Beispiel, deine Chefin stellt eine neue Kollegin ein, die dir unsympathisch ist. Vielleicht hast du kein Mitspracherecht bei Personalentscheidungen, aber du kannst entscheiden, wie du mit der Situation umgehst. Statt dich in Negativität zu verlieren, könntest du dir vornehmen, professionell zu bleiben und eine konstruktive Arbeitsbeziehung aufzubauen. Dein Handeln bestimmt, wie sich die Situation entwickelt, nicht allein die äußeren Gegebenheiten. Wie du Vertrauen aufbaust Erfolg ist mehr als nur Talent und Ehrgeiz. Er ist eng mit deiner Persönlichkeit verknüpft, insbesondere damit, wie sehr andere Menschen dir vertrauen. In der modernen Arbeitswelt ist Vertrauen ein Schlüssel, um langfristig wirksam und erfolgreich zu sein. Stephen Covey nennt diese Fähigkeit die Stimme der Vertrauenswürdigkeit. Doch wie erlangt man das Vertrauen anderer, sei es im Beruf oder im Privatleben? Covey hat dazu eine Formel entwickelt, die auf zehn Prinzipien basiert. Hier sind drei davon, die besonders wichtig sind. Halte deine Versprechen Integrität ist das Fundament jeder vertrauensvollen Beziehung. Gib nur Versprechen, die du auch halten kannst. Es gibt kaum etwas, das dein Ansehen schneller zerstört, als gebrochene Zusagen. Sei freundlich und wertschätzend. Freundlichkeit fängt bei den einfachsten Dingen an. Ein ehrliches Danke, ein respektvolles Bitte oder das Angebot, jemandem zu helfen, können Wunder wirken. Vermeide außerdem Läster ein, sie sind pures Gift für jede Beziehung. Ein wertschätzender Ton, egal in welcher Situation, hinterlässt einen bleibend positiven Eindruck. Habe die Größe, dich zu entschuldigen Eine aufrichtige Entschuldigung zeigt Stärke und Charakter. Sie kann verlorenes Vertrauen wiederherstellen und beschädigte Beziehungen heilen. Sich zu entschuldigen, wenn man im Unrecht ist, signalisiert anderen Reife und Respekt. Diese drei Prinzipien mögen einfach klingen, aber sie haben eine enorme Wirkung auf deine zwischenmenschlichen Beziehungen. Denke außerdem daran, dass Vertrauen keine Einbahnstraße ist. Um Vertrauen zu gewinnen, musst auch du bereit sein, Kontrolle abzugeben und anderen Vertrauen entgegenzubringen. Vertrauen ist nicht nur die Grundlage erfolgreicher Zusammenarbeit, sondern auch eine wichtige Unterstützung bei der Suche nach der eigenen inneren Stimme. Wenn du anderen dein Vertrauen schenkst, signalisierst du ihnen, dass du an ihre Fähigkeiten glaubst. Und nichts stärkt das Selbstbewusstsein mehr als ein ehrliches Ich-traue-dir-das-zu. Löse Konflikte, indem du wirklich zuhörst. Erinnere dich an deinen letzten richtigen Streit. Und sei ehrlich, warum hat es gekracht? War es, weil ihr trotz aller Bemühungen um ein konstruktives Gespräch einfach keinen gemeinsamen Nenner gefunden habt? Oder vielleicht, weil ihr aneinander vorbeigeredet habt? Oder könnte es sein, dass du dich angegriffen gefühlt hast und entsprechend zurückgeschossen hast? Tatsächlich ist Letzteres oft der Hauptgrund, warum Konflikte eskalieren. Dabei wissen wir eigentlich, dass sich Streitigkeiten am besten lösen lassen, wenn man einander wirklich zuhört. Also nicht nur beiläufig, sondern mit echtem Interesse und Empathie. Das klingt simpel, aber in der Praxis fällt es uns oft schwer. Warum? Weil wir oft nur so tun, als würden wir zuhören, während wir innerlich schon unsere Antwort oder Gegenargumente formulieren. Doch hier liegt der Unterschied, wirkliches Zuhören ist nicht dasselbe wie ein fühlendes Zuhören. Stell dir vor, du arbeitest mit deinem Team an einem Projekt und es geht um die Auswahl eines Logos. Du hast klare Vorstellungen, aber deine Kollegin möchte ihre Idee präsentieren. Natürlich könntest du ihre Vorschläge mit Skepsis betrachten oder gleich mit deinen Einwänden kommen. Oder, und das ist der Schlüssel, du lässt deine Vorurteile und eure gemeinsame Vorgeschichte außen vor. Du bemühst dich, wirklich zu verstehen, warum sie ihre Meinung vertritt. Das ist ein fühlendes Zuhören. Viele Konflikte entstehen durch Missverständnisse, oft bedingt durch unterschiedliche Auffassungen über die Bedeutung bestimmter Worte oder Aussagen. Was für dich ganz klar ist, kann für dein Gegenüber eine ganz andere Nuance haben. Ein fühlendes Zuhören bedeutet, nicht an einzelnen Worten hängen zu bleiben, sondern das zugrunde liegende Anliegen der anderen Person zu erfassen. Sobald du die Perspektive deines Gegenübers wirklich verstanden hast, kannst du deine eigene Sichtweise schildern. Wenn beide Seiten sich die gleiche Mühe geben, einander zuzuhören, löst sich der Konflikt oft schon dadurch auf. Manchmal stellt sich heraus, dass ihr im Grunde dasselbe Ziel verfolgt, nur auf unterschiedlichen Wegen. Falls es dennoch unterschiedliche Standpunkte gibt, beginnt die Suche nach einem Kompromiss. Das bedeutet nicht, dass eine Seite klein beigeben muss. Stattdessen findet ihr eine Lösung, die für beide passt, oder sogar eine ganz neue, gemeinsame Idee. Das Wichtigste dabei, lass deinen Stolz los und bleib ergebnisoffen. Wenn du bereit bist, wirklich zuzuhören und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, stehen die Chancen gut, dass ihr eine bessere Lösung findet, als wenn ihr beide stur auf euren Standpunkten beharrt. Die Kernwerte eines Unternehmens müssen auch intern belohnt werden. Stell dir vor, du fragst die Geschäftsführerin eines Unternehmens nach den wichtigsten Werten ihrer Organisation. Sie antwortet ohne zu zögern, Kooperation, Teamarbeit und gegenseitige Unterstützung. Sie erwähnt sogar spezielle Trainingsprogramme, die eigens dafür entwickelt wurden. Alles klingt vorbildlich und auf der Höhe der Zeit. Doch ein Blick hinter die Kulissen offenbart ein anderes Bild. Die Mitarbeitenden berichten von einer angespannten, ja fast schon toxischen Arbeitsatmosphäre. Es gibt ein Belohnungssystem, das Top-Performer herausstellt, jedoch gleichzeitig zu Konkurrenzdruck und Rivalität führt. Das Bild, das die Unternehmensführung nach außen vermittelt, scheint mit der Realität nicht übereinzustimmen. Was läuft hier schief? Das Problem ist simpel, die Organisation handelt nicht nach ihren eigenen Prinzipien. Sie wirbt mit ansprechenden Kernwerten wie Kooperation, während sie in der Praxis ein System fördert, das Wettbewerb belohnt und die Belegschaft spaltet. Einige Mitarbeitende versuchen, die Werte des Unternehmens zu leben, weil sie daran glauben und merken, dass sie dadurch produktiver und zufriedener arbeiten. Andere wiederum sehen den Leistungsdruck als Anreiz, ihre eigenen Ziele rücksichtslos zu verfolgen. Als Führungskraft musst du in solchen Situationen konsequent sein. Wenn Kooperation ein zentraler Wert deines Unternehmens ist, dann belohne auch kooperatives Verhalten. Implementiere Bonusprogramme, die auf Zusammenarbeit und Teamleistungen abzielen, statt auf individuelle Erfolge. Gib regelmäßig konstruktives Feedback zu positivem, kooperativen Verhalten und schaffe Räume für den Austausch über eure gemeinsamen Werte. Wöchentliche oder monatliche Teamgespräche können dabei helfen, die Werte lebendig zu halten und ihre Umsetzung zu reflektieren. Oder, wie Corvai es ausdrückt, wir müssen das, was wachsen soll, auch gießen. Mitarbeitenden eine Stimme zu geben, heißt auch, sie mit Teilhabe zu motivieren. Vielleicht denkst du jetzt, das Konzept der eigenen Stimme klingt gut, aber lässt sich nicht in jeder Branche umsetzen. Was ist zum Beispiel mit einem großen Reinigungsunternehmen? Die Mitarbeitenden dort erledigen täglich dieselben Aufgaben. Sie reinigen dieselben Büroräume, Tag für Tag. Es geht nicht um Leidenschaft, sondern um Arbeit, die die Rechnungen bezahlt. Die Folge, geringe Motivation. Die Ergebnisse bleiben hinter den Erwartungen zurück und die Vorgesetzten reagieren mit Kritik oder mehr Kontrolle. Das drückt die Stimmung weiter und ein Teufelskreis entsteht, Vorschriften von oben, lustlose Arbeit von unten. Wie lässt sich dieser Kreislauf durchbrechen? Indem du den Mitarbeitenden tatsächlich eine Stimme gibst. Was würde geschehen, wenn du die Belegschaft in Entscheidungen einbindest? Stell dir vor, du lässt sie neue Reinigungsgeräte oder Putzmittel ausprobieren und darüber abstimmen, welche am besten funktionieren. Oder du beziehst sie in die Planung neuer Arbeitsprozesse ein und lässt sie deren Effektivität selbst bewerten. Durch solche Maßnahmen gibst du als Führungskraft ein Stück Kontrolle ab und überträgst Verantwortung auf dein Team. Das signalisiert Vertrauen und fördert Eigeninitiative. Die Mitarbeitenden fühlen sich wertgeschätzt und sind motivierter, ihre Arbeit mit Engagement und Qualität zu erledigen. Fazit Viele Unternehmen verharren noch immer in den Strukturen des Industriezeitalters. Sie setzen auf Hierarchien, strikte Kontrolle und enge Vorgaben. Doch die Mehrheit der heutigen Angestellten sind Wissensarbeiter. Sie wollen sich einbringen, ihr Potenzial entfalten und Teil einer kooperativen Unternehmenskultur sein. Erfolgreiche Führung bedeutet heute, den Mitarbeitenden eine eigene Stimme zu geben. Dazu gehören nicht nur klassische Kompetenzen wie mentale Intelligenz, sondern auch emotionale und spirituelle Intelligenz. Die Fähigkeit, eine vertrauensvolle, positive und unterstützende Arbeitskultur zu schaffen, ist essentiell. Ja, das bedeutet, dass Führungskräfte einen Teil ihrer Kontrolle abgeben müssen. Doch die Belohnung ist es wert. Eine motivierte, zufriedene und leistungsstarke Belegschaft, die gemeinsam an einem Strand zieht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017